Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Point Up. Heute stellen wir euch Point Up vor, ein Spiel aus dem Hause Schmidt. Später braucht ihr eigentlich nur noch die Dose. Ist für zwei bis sechs Spieler ab sechs Jahren geht circa 15 Minuten. Die Alina ist wie gesagt sechs Jahre, der Lia ist acht. Wir zeigen euch das nicht zu viert, die Mama setzt mal eine Runde aus, würde ich sagen, weil es einfach zu schnell ist. Wir zeigen euch das zu viert. Ich darf nicht mehr mitmachen. Die darf nicht mehr mitmachen, die ist einfach zu gut. Aber sie darf nicht mehr mitmachen. Die darf nachher wieder mitmachen, aber sonst ist es vielleicht für euch auch zu schnell. So, gleich der Hinweis, wir spielen jetzt hier mit diesem Stapel. Es gibt unterschiedliche Stapel. Auf diesem Stapel sind hinten drauf solche Kreise. Seht ihr, die Silke hält das auf, so blendet es nicht mehr. Da sind im Prinzip ein bisschen mehr Kreise. Es gibt das Ganze natürlich auch mit verschiedenen Anordnungen. Seht ihr jetzt hier in der Kamera. Und wir spielen jetzt hier mit diesen. Das heißt mit diesen Kreisen. Die werden gut gemischt. Alina, aufpassen. Elias auch. Wir fangen nämlich gleich an. Ich erkläre das nämlich spielerisch. Die Mama deckt um. Hier wird die meiste Farbe gesucht. Hier wird die meiste Farbe gesucht. Aber jetzt wird es umgedreht und dann müsst ihr auf die nächste Verdeckte schauen. Das stimmt. Und hier habe ich jetzt ganz klar. Genau. So, die nächste. So, und hier heißt... Wobei von keinem angeguckt wird. Blau. Blau wird von keinem angeguckt. Habt ihr so schnell geguckt, liebe Zuschauer? Habt ihr das gesehen? Wer kriegt die Karte? Der Elias. Ihr spielt quasi so lange, bis der Stapel weg ist. Der wird dann die meisten Karten. Noch ein Versuch. Weiter geht's. Gleiches. Null. Null. Der da? Ja. Nein. Nein. Doch, nee, guck, der wird angeguckt. Von dem stimmt. Mach die Hand auf die Seite. Der. Der. Ne, der, warte, Moment. Der blaue wird von dem grünen angeguckt. Aber der grüne wird nicht angeguckt. Ja. Die Aline hat den blauen gesagt, warum habe ich sie nicht erklärt. Okay, dann passt das. Jetzt kommen wir zum nächsten Mal. Soll ich es weiter zu dir legen, Aline? Ne, passt soweit. So, gut. Die sieht es halt nicht gut. Ja, das ist gut so. Kriegen wir hin. Genau, passt gut. Wir müssen immer ein bisschen gucken auf die Kamera, dass ihr es auch seht. Genau. Kriegen wir alles hin. So, wie das gleiche Beispiel. Der grüne. Doch, von dem Lillane. Von dem Lillane wird er angeguckt. Der Lillane. Ne, der, der da. Der gelbe, der gelbe. Der gelbe. Der wird mit dem grünen angeguckt. Der grün angeguckt. Die Mama weiß schon. Papa weiß es auch. Der rote. Ja, der rote, tatsächlich. Der hier, der Lillane. Der Lillane. Der auf rote guckt den grünen an, Aline. Ich kriege eine Karte. So, weiter geht es. Es gibt natürlich noch verschiedene, die meiste Farbe hier. Oh, kriegt der Elias. So, wieder die Rot. Kriege ich. Nicht rein. So, und jetzt, was wird zweimal, zweimal praktisch, von zwei angeguckt? Der Lillane, von hier und von hier. Sehr gut. Und das waren in dem Fall alle Beispiele. Ihr seht, wie das Ganze, ihr dürft auf jeden Fall mal weiterspielen zu zweit. Jetzt seht ihr, wie das Ganze funktioniert. Anhand von ein paar Beispielen. Ihr seht ja auch hier, es gibt hier einen riesen Stapel mit weiteren Formen natürlich, mit sehr vielen Möglichkeiten, sodass ihr auf jeden Fall eine Menge an Möglichkeiten habt. Ihr müsst nur vorher, und das ist ein bisschen ärgerlich, ihr müsst vorher die ganzen Karten ein bisschen trennen, nach der entsprechenden Größe, das ist eine Anfangs-Sortiererei. Aber dann spielt ihr am Anfang nur mit dem kleinen Stapel, könnt aber später auch mit dem großen Stapel dann weitermachen, beziehungsweise mit einem Teil von dem Stapel. Das war Point Up. Jetzt haben wir euch ein paar Züge einfach mal gezeigt mit der einfachen Variante. Alina, das ist ab sechs Jahre. Ist das jetzt zu schwer? Du bist ja sechs Jahre, oder? Ich mache es so schön. Aber du bist mit dem gut klargekommen, oder? Ein paar Hinweise brauchst du. Also die Alina kommt schon, je nachdem Tendenz, eher ab sieben Jahre. Elias, du bist acht. Wie findest du es vom Schwierigkeitsgrad? Gut. Gut, ich glaube, du kommst super mit klar. Der Papa auch nur, der Papa ist viel zu langsam bei solchen Spielen. Ihr braucht es ja später nur in so einer Dose, weil die Anleitung, wie gesagt, die ist dann mit dabei. Und die ganzen Karten stapelt ihr hier drin. Etwas, ja, ich sage mal, nicht unbedingt ansprechende Dose, hätte ich jetzt mal gesagt. Point Up, da weiß ich jetzt gar nicht. In dem Fall, ja, doch schon, was mich erwartet. Aber so ein Hingucker ist es für mich jetzt nicht unbedingt persönlich. Es ist ein schnelles Spielchen. Es gibt natürlich sehr viele in der Dose mit Zuordnen, mit Schnelligkeit, mit Symbolen, mit Ähnlichkeiten, mit Finde den Unterschied, etc. Da haben wir euch auch schon einiges vorgestellt. Werden wir euch auch noch das ein oder andere Spiel vorstellen? Das sind ja so die Spiele für unterwegs, als Reisespiele. Gar nicht mal so schwer, schnell gespielt. Lockerer Spielspaß für Gelegenheitsspieler. Genau dafür sind die Spiele. Und die finden auch ihre Zielgruppe. Da bin ich mir absolut sicher. Das war ein kleiner Ausflug. In dem Fall zu Point Up. Also, wie gesagt, vom Spaß, Alina. Okay? Okay. Okay. Hätte ich auch gesagt. Du findest super, Elias. Oh, okay. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Ja, genau. Aber ansonsten? Okay oder gut? Gut. Ah, gut. Okay. Der Papa findet es okay. Klar, wir haben so viele Spiele. Aber es findet seine Zielgruppe. Bin ich mir sicher. Wenn ihr euch das holen wollt, gerne über die ungenannten Links. Da unterstützt ihr uns. Egal, welche Produkte ihr kauft. Schaut einfach rein. Wäre super, wenn ihr immer die Links unten nutzt. Ihr zahlt übrigens nicht mehr. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten seht ihr auch unten. Viel Spaß beim Einkaufen. Viel Spaß beim Spielen. Ich sage Tschüss. Macht's gut und bis bald. Ciao. Bis zum nächsten Mal.